Entspannung und Ruhe sind die wichtigsten Voraussetzungen. Ihr beide haltet jetzt eure Klappe! Warum sind nur diese Ausdrucksweise her? Mom, ich will mein eigenes Zimmer. Na klar, Süße. Echt? Ja, und wenn ich schon dabei bin, schüttle ich gleich den neuen Westflügel unseres Hauses aus meinem Ärmel. Warum kauft ihr nicht einfach ein neues Haus? Judy, viel Spaß beim Schütteln und denk dran, wir brauchen eine Million Dollar. Wieso hat Brian eigentlich sein eigenes Zimmer? Ich bin ein Mann. Und wieso kannst du dann ohne Kuscheltier nicht schlafen? Und was ist bitte mit deinem Plüschhasen? Den küsst sie auch. Halt die Klappe! Halt du die Klappe! Ihr haltet beide die Klappe! Ich habe eine Neuigkeit, die euch drei sicher interessieren wird. Wir beide werden jetzt gleich heftig knutschen in 5, 4, 3, 2... Und schon hauen sie ab! Oh mein Gott, die Bilder sind echt krass! Wer ist denn dieser süße, schlanke Kerl neben dir, Mom? Oh, das ist euer Vater! Was ist passiert? Hey, ich kann nichts dafür, ich habe drei Kinder gekriegt. Hey Leute, seid ihr soweit? Ich möchte gern früher beim Klassentreffen sein, damit keiner sieht, dass ich aus Bills Auto steige. Ich habe eine gute Idee, lass dich doch von deinem Mann hinfahren. Tante Linda, ich dachte, du bist jünger als Mom und Dad. Wieso wart ihr denn in einer Klasse zusammen? Ich war besonders talentiert und habe zwei ganze Jahre übersprungen. Ja, da ist sie, die mit der Brille, den Pickeln und der billigen Dauerwelle. Da gab es keine Jungs, die sie beim Lernen gestört haben. Hey Linda, zeig doch mal, was du anhast. Nichts Besonderes. Nun, mach schon. Wow, die beiden Dinger kenne ich aber nicht von der Highschool. Okay, ich gebe es ja zu. Ich trage einen Waterbra. Was ist ein Waterbra? Eine böse Falle, mein Sohn. Geht essen, Kinder, bevor euer Vater noch mehr dummes Zeug von sich gibt. Wenn ihr nachher dahin geht, denkt dran, Alkohol ist nicht cool. Ja, aber weißt du auch, wie dein Vater ohne tanzt? Warte einen Moment, ich weiß, warum du so rumläufst. Steve Upton. Was? Linda, du bist noch verknallt in ihn. Oh, bitte nein. Ich habe seit Jahren nicht an ihn gedacht. Bloß, weil wir mal drei Wochen zusammen waren und ich ihm Griechisch beigebracht habe. Dafür hat er mich dann am nächsten Tag fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Wie konnte er nur? Ich will einfach nur gut aussehen. Das ist nicht wegen Steve. Die ganzen Hühner von damals kommen auch. Carla Russell, Jane Hamilton und nicht zu vergessen Christy Duncan. Linda, warum machst du dir Gedanken? Nur weil sie damals perfekt waren, heißt das nicht, dass sie es jetzt auch noch sind. Das Leben geht auf und ab. Genau. Glaub mir, Frauen wie Christy erleben früh ihre beste Phase, umso schneller verwelken sie dann. Ihr macht euch doch beide viel zu viel Gedanken. Für Männer zählt beim Klassentreffen nur eins. Nicht, wer Erfolg hat oder gut aussieht. Wichtig ist, wer die heißeste Frau hat. Du könntest ruhig ein bisschen offenherziger sein. Ich bin schließlich nur ein lausiger Toilettenverkäufer. Tja, die gute alte Zeit. Erinnerst du dich noch an unseren Abschlussball? Ja, du schuldest mir noch eine Kleinigkeit von damals. Ach ja, was denn? 37,50, die Hälfte vom Mietwagen. Also, ich denke, die Liebe, die ich an dem Abend spendiert habe, ist einiges mehr wert, oder? Ja, wenn man 5 Dollar die Sekunde rechnet, dann ja. Hey, hey, wenn man viel Dekolleté zeigt, muss man die Drinks nicht zahlen. Die Drinks sind gratis. Oh. Hast du Steve Apton schon gesehen? Nein, nein, er ist nicht hier. Dann entspann dich doch, kleines Relax. Ja, weißt du, weißt du, weißt du, hast recht. Ich will ihm gar nicht begegnen. Oh mein Gott, ist er. Sind meine Wimse gerade? Jetzt. Judy, da ist Jerry Bergner. Na toll, Meister Bergner. Chemie war nie meine Stärke, aber diese Ratte wusste alles. Ich hasse diesen Kerl. Bevor er an unsere Schule kam, war ich im Hotdog-Essen der Beste. Und auf einmal war ich irgendein Trottel, der gerade mal 32 Hotdogs in sich hineinschlingen konnte. Entschuldige mich, aber ich habe da noch etwas zu erledigen. Herr Bergner. Herr Bergner. Hast du schon gehört? Also, beim Frühstückmorgen gibt es Eierkuchen, so viel man will. So viel wie du willst? Oder so viel wie ich will? Rieche ich da eine Herausforderung oder ist das nur dein Deo? Das Einzige, was ich rieche, ist deine Scheißangst. Oh ja? Ich wette 50 Mäuse mit dir, dass ich mehr von diesen idiotischen Eierkuchen verdrücken kann als du. Gut! Das ist aber lecker, das Fee ist eröffnet. Los. Judy Michaels? Christy Duncan. Du siehst toll aus. Hey, du erinnerst dich an mich? Natürlich, warum denn nicht? Na ja, wir kannten uns kaum. Du warst in deiner coolen Clique. Auf mich hat eigentlich niemand geachtet. Oh, bis auf das eine Mal, als ich die Wodka-Melone mit in die Schule brachte. Oh ja? Und die Romananas, weißt du noch? Ja, das war die Hollywood-Obst-Diät. Na und, wie läuft's denn so? Danke, gut. Oh, erinnerst du dich an den Kerl, der damals bei der Zeugnisverleihung seine Hose verloren hat? Was macht der Idiot heute? Er ist mein Mann. Schön für dich. Seid ihr noch zusammen? Wir haben drei Kinder. Ich auch. Ist es nicht großartig, dass wir uns jetzt endlich näher kennenlernen in der Highschool? Da wollten wir doch nur wissen, wer die Beliebteste ist und wer mit wem abhängt. Ja, wir waren sehr dumm. Aber heute sind wir dafür zwei äußerst erfolgreiche Mütter. So ist es. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Architektin. Ich baue gerade einen Flughafen in Hongkong. Und was machst du? Ich bin Zahnarzthelferin. Du reinigst Zähne. Nein, ich assistiere demjenigen, die die Zähne reinigt. Aber das ist ein sehr schwerer Job, weißt du? Wenn der Arzt nichts mehr sehen kann, weil die Brille beschlagen ist, dann wird sie von mir geheimigt. Steve! Linda? Hey! Hey! Steve! Oh! Steve Upton! Hey! Was machst du hier? Es ist Klassentreffen. Ja, richtig. Wir waren ja in einer Klasse. Wie konnte ich das nur vergessen? Komm schon. Wir waren nicht nur in einer Klasse. Wir waren zusammen. Oh ja. Ich entsinne mich ganz dunkel. Ich kann mich nicht daran erinnern, warum wir uns getrennt haben. Hey, ich auch nicht. Dann ist noch alles beim Alten. Naja. Du denkst wohl, dass ich nach 20 Jahren immer noch Single bin. Oh, entschuldige. Ich wollte... Ich bin Single. Ich meine, ich bin im Moment gerade wieder allein. Das sind unsere Kinder. Oh, wundervoll. Wo wart ihr denn da? Wir waren in Paris. Wir waren einen Sommer dort. Ich habe da eine Oper gebaut. Hier sind wir in Italien. Warst du schon da? Nein, wir gehen lieber ins Schwimmbad. Ach. Wir waren auch nur da, weil mein Mann einen Industriefilm dreht. Oh, da kommt er. Oh mein Gott, Judy. Weißt du, wer das ist? Der Kerl hat meine Lieblingsbierwerbung gedreht. Judy, mein Mann, Trent. Trent Judy Miller. Schön, Sie kennenzulernen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Sag mal, wie... Judy, die haben hier Unmengen an Shrimps. Hast du deine große Handtasche dabei? Das war wirklich ein sehr guter Witz. Der Kühlschrank ist voll mit Shrimps. Also, du hast deine Handtasche nicht dabei. Oh, Bill, was sind Sie von Beruf? Er ist Verkäufer. Und was verkauft... Designartikel. Hauptsächlich Toiletten. Hey, Sie verkaufen Bier und ich Toiletten. Die Kunden rennen immer zwischen uns hin und her. Ich fass es nicht, dass deine Schwester mit zur Abden gegangen ist. Wenn der den B.H. anfasst, gibt's eine Überschwemmung. Gott sei Dank ist es vorbei. Na, tun wir noch mal so, als hätten wir 1982... Nein, ich bin müde. Schlaf ruhig, ich bin ganz leise. Gute Nacht, Bill. Heißt das ja? Nein. Wir hätten längst fertig sein können. Diese blöde Christy macht mich noch ganz irre. Die war doch sehr nett. Nett? Ich baue Flughäfen, ich baue Flughäfen. Was ist schon Besonderes dabei? Naja, es sind immer in Flughäfen, die sind schon ziemlich groß. Aber nicht so groß wie ihr fetter Arsch. Ich sollte mir das nicht so zu Herzen nehmen. Das ist die richtige Einstellung. Gute Nacht. Aber es ist unfair. Warum erreicht die Kuh alles, was sie will? Du wolltest dir doch die Angelegenheit nicht mehr so zu Herzen nehmen. Ich weiß, aber wer schon in der Highschool so perfekt war, der darf jetzt nicht mehr perfekt sein. Judy, vergiss doch bitte diese Christy. Du bist wunderschön, bist klug, hast ein erfülltes Leben. Aber ich möchte auch mal etwas Bedeutendes machen. Wen interessiert es, ob Christy Flughäfen baut? Du führst eine gute Ehe und hast drei tolle Kinder. Mit einem schönen Haus, das abbezahlt ist, sobald ich unter der Erde liege. Und jetzt schlaf, morgen ist ein großer Tag. Weißt du was, ich will nicht zu dem Eierkuchenfrühstück. Ich hab genug von dem Klassentreffen. Judy, jetzt gehst du aber ganz entschieden zu weit. Wir müssen zu diesem Frühstück. Ich muss meinen Titel zurückgewinnen. Ich ertrage nicht noch so ein Gespräch mit Christy Duncan, wenn sie mit ihrem tollen Designerkleid da steht und ihren Familienfotos. Und ich trage ein Secondhandkleid und mein Mann ist der König der Eierkuchen. Nichts für ungut. Das war deutlich. Was würdest du dazu sagen, wenn Christys Leben überhaupt nicht perfekt ist? Was meinst du? Du darfst das keinem erzählen, aber als ich auf dem Klo war, hörte ich ihren Trend leise telefonieren. Ich denke, er hat eine Affäre. Ehrlich? Oh nein, da musst du dich irren. Er sprach mit einer Frau und er sagte auch zu ihr, er will sie ganz schnell sehen. Das könnte er zu jeder gesagt haben, auch zu seiner Mutter. Dann hat er seiner Mutter gesagt, trage einen sexy blauen Stringtanger. So oder so, der Junge hat Probleme. Wow, ihr Mann hat eine Affäre. Das ist so toll! Ich wusste, ihre Phase geht zu Ende. Die arme, dumme Christy, ihr Leben ist im Arsch! Hast du gegluckst? Ja! Bist du noch bereit für eine Runde? Ich weiß nicht, du bist gerade so böse. Ich hält mich auch zurück. Bitte nicht! Das ist euer Klassentreffen, was soll ich hier? Der Grund ist bla 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 bla. Was? Ja, du hast schon richtig gehört, denk mal drüber nach. Sag mal, wenn wir schon mal hier sind, kann ich mich doch in die Bibliothek schleichen und für meinen Chemievertrag recherchieren. So laut, Junge, noch halten mich ein paar Leute hier für cool. Ich suche Linda, pass du auf Tina auf. Okay. Tina? Nun, hör mal gut zu. Nimm die Gabel und peck den Leuten in die Beine, damit ich in der Eierkuchenschlange einen Vorsprung habe. Okay. Bill. Jerry. Hungry. Könnte man so sagen. Der Teller ist ein bisschen heiß. Und wie? Hey Leute. Hey. Wisst ihr was? Der Mann von Christy Duncan hat eine Affäre. Die Leute reden über nichts anderes. Was? Also, was war gestern Abend? Eine Lady genießt und schweigt. Süße, eine Lady erscheint nicht im Cocktail-Kalb des Vorabends zu einem Eierkuchenfrühstück. Okay, er ist großartig. Du kennst meine Zehn-Punkte-Liste, die ein Mann erfüllen muss. Und Steve hat alle bestanden. Und Punkt 7 habe ich ganze dreimal geprüft. Judy, ich muss dich sprechen. Klar. Hast du irgendwem erzählt, was ich dir über Christy Duncan gesagt habe? Nein. Wirklich nicht? Naja, Terry Boulder hat angerufen und gefragt, wie es den Kindern geht. Da ist mir vielleicht was rausgerutscht, aber sie wollte es für sich behalten. Na gut, solange es nur das Plappermoll Boulder weiß, die Leute reden über nichts anderes. Ich wusste ja nicht, dass sie es weitererzählt. Das ist ja schrecklich. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Wenn der Kerl sie schon hintergeht, dann sollte sie es gefälligst erfahren. Vielleicht aber besser nicht. Warum, Bill? Ihr Mann hat doch eine Affäre, oder nicht? Ja, 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 nein. Was? Ich habe alles erfunden. Oh, du meine Güte, wie konntest du nur? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Du warst so deprimiert. Aber das bin ich doch dauernd. Ich lüge dauernd. Das ist wirklich nicht zu fassen. Ich hatte keine Wahl. Du wolltest doch nicht zum Eierkuchenfrühstück kommen. Du hast behauptet, Trent würde Christy hintergehen, nur damit du Eierkuchen bekommst? Ich wollte nicht nur diese blöden Eierkuchen. Ich wollte Sex. Bill, finde raus, wer das weitererzählt und sagt denen, dass es nicht stimmt. Ich werde mich bei Christy entschuldigen. Warum? Vielleicht weiß sie noch gar nichts davon. Das macht doch nichts. Das Gerücht ist im Umlauf, verstehst du? Okay, ich gehe schon, aber ich verbrenne dabei Kalorien, die ich noch nicht gegessen habe. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir gehen nachher wieder zu dir, machen den Kamin an, eine Flasche Wein auf und hören die Beatles. Oh, das klingt gut. Nur bitte nicht, die Beatles, die mag ich nicht. Ach ja? Naja, egal. Dann eben du und ich und Nummer 7. Was? Nichts. Also hat der Mann von Christy Duncan doch keine Affäre. Jetzt denk doch mal nah, Christy ist eine schöne und kluge Frau. Was ist wahrscheinlicher, dass jemand sie betrügt oder dass jemand beim Klassentreffen das Gerücht gestreut hat, weil er neidisch ist? Das ist aber infam. Klar, man muss kein Gehirnchirurg sein, um das zu erkennen. Ich bin Gehirnchirurg. Ehrlich? Dann stelle ich dir eine Fachfrage. Warum kriegt man Migräne, wenn man einen Milchshake auf X trinkt? Es folgt die Gegenfrage. Warum trinkst du einen Milchshake auf X? Und warum bist du dir sicher, dass es sich um ein Gerücht handelt? Ich kenne Christys Ehemann. Sie braucht keine Angst zu haben, dass er anderen Frauen nachsteigt. Dazu ist er nicht der Typ. Oh, ich verstehe. Gut, dann erzählt es weiter. Die Entscheidung naht. Miller tritt ran an den Tresen. Butter, 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 Butter. Hey, Miller. Du musst dich ranhalten. Ich hab schon ganze 19 fette Stücke. Gib mir gleich 20. Hey, warte mal. Hast du das schon gehört? Christy Dunkans Mann ist schwul. Ja. Was? Ach, verdammt. Oh. Hey, Christy. Hey, Judy. Ich nehme an, du hast das Gerücht auch gehört. Ja, natürlich. Und ich weiß, es ist nicht wahr. Und ich... Natürlich weißt du, dass es nicht wahr ist. Wer sollte es besser wissen als du? Was? Wovon redest du? Du weißt doch, wie missgünstig manche Menschen sind. Sie glauben, unser Leben wäre viel besser als ihr eigenes und wollen uns fertig machen. Ja, manchmal sind die Menschen... Wen meinst du mit uns? Na, ich meine die Leute, die es geschafft haben. Ja. Du findest, ich gehöre auch dazu? Natürlich, dein Leben ist toll. Du bist seit Ewigkeiten mit Bill zusammen und ihr seid absolut glücklich. Ihr seht besser aus als auf der Highschool und ihr habt drei wunderbare Kinder. Sind sie hier? Kann schon sein. Was wolltest du denn noch über mich wissen? Ach, äh... Eine Frage. Ähm... Du hörst also nicht gerne die Beatles. Heißt das, dass du sie wirklich nicht magst oder nur nicht besonders? Nein, ich mag sie nicht. Du weißt schon, sie hatten an die 100 Hits. Christies Mann ist nicht schwul. Sag's weiter. Und deine Haut ist so schön. Verwendest du was Besonderes? Naja, die Kinder haben mich oft mit ihrem Babybrei beworfen. Du siehst toll aus. Du führst ein erfülltes Leben. Ich freue mich für dich. Christy, ich weiß es wirklich zu schätzen, wie du von mir denkst. Aber... Hör mir zu. Ich weiß, wer das Gerücht über euch in die Welt gesetzt hat und das tut mir aufrichtig leid. Natürlich muss es dir leid tun. Du bist ein guter Mensch. Du bist keine intrigante Natter, die herumlügt. Wer weiß. Meister Bergmann. Yellow Submarine, ähm... A Hard Day's Night, äh... Can't Buy Me Love, I'm Sarge... Äh... Piano Man. Was ist mit Piano Man? Oh ja, das ist gut. Das Lied ist von Billy Joel! Moment mal. Jetzt weiß ich, warum wir uns getrennt haben. Ach ja? Ja, wir waren in so einem Burgerladen. Ich wollte einen Burger. Nur Fleisch, ohne Extras. Aber du hast es nicht geschnallt und die nächsten zwei Tage hast du mich damit genervt. Ich bitte dich, Fleisch zwischen Brot. Wer isst denn sowas? Na, ich. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, das kann man doch würzen mit Ketchup, Senf, Meerrettich und... Weißt du was? Du bist verrückt? Ich geh jetzt. Oh, ja, 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 okay, ja. Du kannst mit den Beatles nichts anfangen, aber mich erklärst du für verrückt. Du bist ja selbst ein Psycho! Hey du. Also, das mit der Affäre ist aus der Welt. Na und, der ist sowieso schwul, hab ich gehört. Was ist mit ihr los? Nichts, alles in Ordnung. Wirklich? Ja, Christy Duncan hat mir gerade erzählt, wie großartig sie mein Leben findet. Was hat sie gesagt? Sie meint, dass wir eine tolle Ehe führen und lobt die Kinder. Und ach, diese Haut sei ja so beneidenswert. Verstehe ich das richtig? Wenn Christy Duncan dir genau dasselbe erzählt, wie ich gestern Abend, dann geht's dir plötzlich besser. Wo liegt das Problem? Na, wenn ich dir das sage, dann hörst du mir nicht mal zu. Oh, bitte. Du wolltest nur, dass ich still bin. Ich habe es dir gesagt, weil es die Wahrheit ist. Sieh dich doch um, Judy. Ich hatte was mit jeder Frau, die du hier sehen kannst. In meinen Träumen. Ich hab mich für dich entschieden. Wenn ich dich sehe, dann klopft mein Herz wie beim ersten Mal. Du hast mir in die Augen gesehen und sagtest diese drei magischen Worte. Ach, was soll's. Das meinst du alles ernst? Aber natürlich. Und meinst du das wirklich ernst oder meinst du nur deine Eierkuchen? Wie wäre es denn mit beidem? Mann, das Klassentreffen war scheiße. Ah, mir hat es zum Schluss noch sehr gut gefallen. Na klar, du bist ja auch ständig gelobt worden. Ich hab das Wettessen verloren, weil keine Eierkuchen mehr da waren. Holst du mir bitte die Schlüssel aus der Handtasche? Warum sollte ich? Nun, mach schon. Oh, Eierkuchen. Und sie sind noch warm. Ich liebe dich. Sprichst du mit mir oder mit den Eierkuchen? Wie wär's mit euch beiden?